Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer weiteren Folge IWOKI Game Master. In der letzten Folge sind Game und IWOKI einfach abgehauen, das weiß ich wohin, aber wir werden jetzt versuchen, Gucci aus den Fängen von XFXO zu retten. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, wie sollen wir das anstellen, Leute, schreibt in die Kommentare, wo Gucci ist, wie wir ihn retten können. Und dann hat alles möglich, halt einfach, warte mal, ist da eine Idee gekommen. Apropos schreiben, wir können doch XFXO schreiben. Ja, wir machen einen Tausch, ich glaube, ich würde das hier einfach, gut, dass wir ihr Gucci zurückgeben. Hier, wir machen einen Tausch, hier, Gucci gegen das Herz. Ja, okay, Leute, dann, ja okay, Leute, das ist doch gut, dann schreibe ich XFXO direkt, auch direkt an, Leute. XFXO, wir haben etwas, das ihr gehört, absenden. So, Leute, und in der Zeit, wo sie antwortet, Leute, wir haben ein richtig krasses Video. Auf diesem Kanal habe ich ein richtig krasses Video hochgeladen. Ich habe nämlich, oder Vorgi hat nämlich eine Ansage, an der er das hochgeladen hat und Payman hatte Durchfall. Also, Leute, schaut euch das Video an, es war auf jeden Fall heftig und auch sehr, und auch sehr lustig. Oh, XFXO hat mir geschrieben. Ja, mein Herz gibt es mir wieder. Aha, das ist doch die Gelegenheit, Herz gegen Gucci. Ja, okay, XFXO, wir machen einen Tausch. Gucci gegen dein Herz. So, absenden. Wir machen halt einfach einen Tausch. Gucci gegen ihr Herz. Also, wir kriegen Gucci zurück, weil sie hat ja auch, weil sie ja auch etwas hat, was uns gehört, nämlich Gucci. Und das wir auch gerne wieder zurück haben würden. Ja, so ist es doch gut, okay. Heute, sie hat mir wieder geschrieben. Okay, dann heute um 14 Uhr auf dem Spielplatz. Also, Leute, okay, wir sollen heute um 14 Uhr auf dem Spielplatz kommen. Okay, gut, ich bringe dein Herz mit. Und keine Spielchen, XFXO. Ja, keine Spielchen, das ist auf jeden Fall das A und O. Keine Spielchen, wir geben ihr ein ganz natürlicher Tausch. Wir geben ihr hier dieses Herz, geben wir ihr wieder zurück, das übrigens immer noch tropft. Wahrscheinlich noch von damals, weil wir haben dieses XFXO jetzt damals im Pool mit dem Anizilator zerstört. Genau wie bei Ayuroki. Ich glaube, davon tropft das einfach so, ja. Okay, okay, sie schreibt, okay, ich werde keine Spielchen spielen. Na, hoffe ich doch. Dann bis heute um 14 Uhr. Okay, bis gleich, XFXO. Oh, oh Gott, Leute. Nach 11 Minuten, 14 Uhr ist sie schon bald. Es ist jetzt 13,49 Uhr, Alter, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Wir müssen uns jetzt direkt schon vorbereiten, Leute, Alter. Aber wir kommen natürlich nicht unbewaffnet. Leute, wir mit den neuen Nerf Ultra Blastern von Hasbro. Nerf Ultra. Hier mit dem Nerf Ultra 2, mit dem wir auch schon mal versucht haben, auf XFXO zu schießen. Und zu schießen. Wir haben es aber leider nicht geschafft. Aber mit diesem Nerf Ultra Blaster werden wir XFXO retten. Leider auch für die Distanz gut geeignet, Leute. Okay, damit werden wir jetzt losziehen und damit Gucci von XFXO endlich retten, Leute. Also, Leute, dieser Blaster schießt auf jeden Fall sehr geil. Okay, Leute, dann haben wir ja eigentlich die perfekte Waffe hier. Nerf Blaster. Oder, Leute, wir können vielleicht mal nach noch ein bisschen mehr Nerf Blastern suchen. Oder, ich glaube, Leute, wir können auch schon bald losfahren, Leute. Okay, wir fahren auch schon. Doch, ich glaube, dieser Blaster hier sollte auf jeden Fall gegen XFXO ausreichen. Ja, okay, Leute, dann fahren wir jetzt auch schon bald los, Leute. Okay, ich melde mich dann auf jeden Fall wieder, wenn ich am Spielplatz angekommen bin. So, Leute, wir sind jetzt am Spielplatz. Also, Leute, da vorne ist es. Die Umgebung ein bisschen ab. Okay, suchen wir mal hier was, wo. Könntest du denn... Okay, Leute, ich glaube, vielleicht... Ja. Ach ja, stimmt, Leute, hier ist... Hier ist keine Deckung. Fuck, Leute. Könnte ich denn noch hingehen? Vielleicht dann... Oh, Leute, okay. Hier findet ihr hier keinen Platz. Aber hier ist auch keine Deckung. Oh, verdammt, Leute, aber wartet mal. Ich beginne mal... Hier rein. Ich glaube... Okay, Leute, doch, hier ist... Hier ist Deckung. Ja, okay, Leute, hier ist eigentlich gute Deckung. So. Okay, Leute, warten wir von hier aus auf... XOBXO da. Halten wir schon mal Ausschau. Nach... Ja, wow, Leute, okay, das dreht sich sogar. Ich muss aufpassen, dass hier das... Kamera nicht runterfällt, aber... Ich glaube, ich glaube, hier... Irgendwom ist da... Doch, XOBXO... Sein, ich glaube, Leute, ja... Vielleicht hier ist sie. Irgendwo ja doch, Leute. Oh, mein Gott, da vorne ist sie. Oh, mein Gott, XO. XOBXO, gib uns noch ein bisschen zurück. Los, na los. Gib mir mein Herz zurück. Ja, okay, oh, mein Gott. XOBXO, gib uns endlich gut zurück. Warte mal, XOBXO, was sagst du? Ja, ich glaube, nein, heißt ja bei Frauen und bei Frauen ja, nein. Jetzt weiß ich halt aus dem Konzept, aber... Oder, Leute? Ja, 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 ja. Ich geb dir, Gucci. Dann zurück. Gib mir mein Herz, an die Wookie Game Master. Gib mir mein Herz im Flitz. Oh, mein Gott, hier ist das schon der Rucksack. Ja, mein Gott, oh mein Gott, XOBXO. Nimm ruhig das Herz. Nimm es nur. Oh, mein Gott, endlich. Oh, mein Gott, endlich. Leute, wir haben endlich gut, sie ist jetzt wieder. Alter, Alter, Leute. Oh, ich bin schnell jetzt zurück. Los, schreit auf das Herz, schreit auf das Herz. Gucci, komm. Gucci, komm schnell. Alter, Leute. Alter. Oh, dass... Ich habe meine Hände. Sorry, sorry. Alter. Alter, Leute, das ist auf jeden Fall krass, dass ich gut die Slexe bekommen konnte. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Da hinten kommt X-U-X. Oh, Alter. Oh mein Gott. Ah, Leute. Alter, schnell weg, ja. Oh mein Gott. Schnell weg. Oh mein Gott. Schnell da vorne, da vorne hinten ist mein Auto. Alter, Leute, schnell weg, ja, beziehungsweise jagt uns einfach. Alter, 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 wo ist die gleich noch mit dem Parkplatz? Leute, wisst ihr es? Alter, wuhh. Leute, da vorne, da vorne ist endlich der Parkplatz. Wuhh. Leute, Alter. Oh mein Gott, da kommt nichts im X-U. Oh. Untertitelung. BR 2018